Und das alles ist mit Ihnen verbunden, auf dem Tafel-Einsatz ist. Als Beispiel den Anschluss von externen Links nach dem Aktivierungsbefehl zu zeigen, um die Datei aus der Liste und bestätigen Sie anschließen möchten, wählen. Im nächsten Dialog fällt die Einfügung Parameter externer Links zu akzeptieren und die Einfügemarke angeben.